Hallo, Heinz Schweiger hier. Ich bin der Besitzer des Lichtstudios in der Rufmühlgasse seit 20 Jahren und wir sind eh schon ziemlich bekannt in Wien durch unsere ganze Beratungs- und Planungstätigkeit. Also wenn Sie spezielle Lichtprobleme haben, bekommen Sie eine Präsentions- und Vitaminbeinbarung. Wir machen auch Service, Reparaturverleuchten, Planungen für Büros, genauso für Privat- und gewerbliche Dinge, also rundum eigentlich alles was mit Licht und Beleuchtung zu tun hat. Heute möchte ich präsentieren Neuigkeiten von der Firma Nimbus. Und zwar der Trend ist momentan in der Lichtindustrie, dass alles mit Atom betreten wird, also Kabelnot. Ich habe den Förder, ich kann leuchten oder ihn lozieren, wo ich will. Ein Beispiel, eine Stehleuchte mit einem ergonomischen Griff. Das heißt, Sie sehen, kein Kabel dran, es gibt Ladestationen dafür. Das Tisch und das Stehleuchten in mehreren Farben. Kostenfaktor ungefähr zwischen 6 und 700 Euro. Und ganz ein neues Feature sieht man hier. Eine ganz handliche Leuchte, die man jetzt an allen Positionen eigentlich hingehen kann, wo man keinen Strom hat. Das ist hier nicht immer möglich. Sie hat zweiseitig Licht auf beiden Seiten. Hat einen Bewegungsmelder, das ist auch von selber wieder abdreht. Gesamt, gerade wenn ich es Vollpower aufdrehe, ist es 12 Stunden. Aber wie gesagt, man hat so eine Klinge gedreht. Und der Vorteil ist, ich kann es jetzt z.B. mittels montieren, wo ich es eigentlich brauche. Hier helfen wir die nicht, weil ich müsste den Montageclips zuerst montieren. Aber man sieht dann quasi noch Metall in dieser Leuchte her und hält sie dann. Und das löst natürlich viele Probleme, z.B. ich habe einen langen Gang, ich habe kein Licht, ich habe bei der Küche kein Licht, ich habe beim Bett vielleicht kein Licht, nur Steckdose, ich will kein Kabel sehen. Also für diese Zwecke ist es eigentlich ideal. Das heißt, am besten wäre es, wenn Sie Interesse haben. Terminvereinbarung. Unsere Schrauben sind geöffnet von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Samstag eben so bis 16 Uhr und würde mich freuen, wenn Sie uns besuchen. Und dann würde ich uns hau, wenn Sie uns besuchen. Dann würde ich uns ab und wenn Sie nicht mehr... Und dann würde ich nicht meinen, dass Sie das erste Mal sehen oder so bis nicht mehr, dass Sie mir was, dass Sie das erste Mal sehen ist, Anyway, der Korb ist wirklich sehr wichtig. Und dann würde ich dir ein wenig möge,